Wähle ein Ziel aus. Einfache Expansion erobert Gebiete, um dem ultimativen Ziel Zentimeter für Zentimeter näher zu kommen. Jeder König muss irgendwo anfangen. Erobern von Territorien. Du kannst jetzt neue, neutrale und gegnerische Territorien erobern und so langsam deinen Einfluss über die ganze Stadt ausbreiten. Du kannst jetzt Soldaten auf der Karte anheuern. Kontrollierte Gebiete 1 von 30. Bringt mehr Gebiete unter Kontrolle. Gebiete erobern, Angriff auf Gebiet, Soldaten anheuern, erstellt von Gangsten. Schauen wir uns doch einfach mal das an. Neue Soldaten, 3 Waffen, 1 Big Surf. Tägliches Einkommen, 3200. Wir haben 10 Soldaten. We'll take what we can fucking get in this dog fight. What? Stehe jetzt unter unserer Kontrolle? Hä? Okay, das habe ich jetzt nicht gecheckt. Wie? Wieso gehört uns das jetzt? Es wird... Aha, okay. Man braucht eine bestimmte Anzahl von Soldaten. Wir haben drei Stück. Soldaten angeheuert. Unsere Armee hat sich so über vergrössert. Sieben neue Soldaten wurden angeheuert. Das heißt, hier habe ich jetzt 10. Damit können wir nochmals ein Gebiet erobern. Oh, Schock. Ich hatte es gehofft, dass wir uns selbst eine kleine Battle Royale haben. Okay, das checke ich irgendwie nicht ganz. Also, man muss ja gar nichts dafür machen. Man gibt Geld aus, um Gebiete zu kaufen. So gesehen. Und es kann sein, dass irgendwie ein Angriff entsteht. Check ich nicht. Okay. 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 10 Soldaten. Gut. Lassen wir das erstmal. Wir gehen mal weiter. Stellt von den Gangstern. Geringes Risiko. Scheint, als hätten unsere Liban sich mit ansehentlicher Beute davongestohlen. Das ist unsere letzte Chance, ein Teil der Beute zu bekommen, bevor sie verschwindet. Gang unbekannt, 12.300 wert. Beute variiert, Team aus zwei oder weniger Crewmitgliedern. Let's show these motherfuckers how we get down. So, aber die sind ja alle weg. 102.000! Sonia Sanchez ist eine hochmütige Hematopathologin. In ihrem Bestreben, die Beste zu sein, kümmert sie sich um diejenigen, die häufig medizinische Hilfe benötigen und bei zweifelhaften Nebenwirkungen keine Ansprüche stellen. Dieses medizinische Wunder der zweiten Generation ist entschlossen, den Tod selbst zu besiegen. Und im wilden Rockhei kann sie leicht ankommen, mit denen sie experimentieren kann. Okay. Wir können Sven noch anheuern, aber ich lasse das erstmal, dann heisst das wohl erstmal für uns. Ja, Feierabend machen. Tag 3. Gut gemacht. Gelegenheiten wurden abgeschlossen. 10.200 erhalten. Wir haben die Armee wieder aufgestockt. 22.000. Angriffe auf Gebiet. Könnten wir erstmal versuchen. Hey. Also man zahlt Geld, wenn man mehr Soldaten einsetzt, ist klar. Ich meine Seiiter. Ich habe eine weitere Begele sets, ich bin sicher. F***. Chico. Ich f***. Ich f***. Allright. Mitt streaming ist meine Junge. Tobi. Ich f***. Ich f***. Ich f***. ? Wir müssen schon ein bisschen aufpassen, dass wir nicht alle drauf gehen. Sie ist echt beschissen. Ich habe keine Munition mehr schon wieder. So geht mir die Munition nicht mehr raus. Wir haben das Gebiet gewonnen, aber mit Verlust. Angriff auf Gebiete, Erfolg. Sechs Soldaten gestorben. Jetzt haben wir bloß 8 von 16 Soldaten wieder. Wir brauchen mindestens überall 10 Stück. 4 könnten wir anheuern. Soldaten angeheuert, 4 neue Soldaten. Okay. Jetzt haben wir 12. Neues Gebiet. Die Oberstadt. Dein Respekt ist gestiegen. Mit jeder Erhöhung kannst du zusätzliche Soldaten für deine Armee anheuern. Und du erhältst höhere Belohnungen für Missionen. 7, aber das reicht nicht. Versiegbare Soldaten 2. Gesamt 20. Lassen wir jetzt erstmal. Und ähm. Ruf Touchdown ansetzen mit Ziele. Erster gepanzerter Laster. Wir beobachten die Route eines gepanzerten Lasters, der komplett mit Wertsachen gefüllt ist. Der Hinterhalt ist vorbereitet, sobald du ihn beginnen willst. Das stimmt. Kass und Frauen, schneller desto besser. In Motion. Wir knacken es hart und versuchen es zu öffnen. Was ist die Kampfs' Antwortzeit? Depends auf die Distrikte. Wie viel Aktion ist bereits da? Hör, wir nennen das das Heat. Genau. Wenn das Heat hoch ist, bedeutet das, dass viele SWAT-Teams nahe. Also? Eaten raus, bevor sie aufstehen? Je schneller desto besser. Okay, raubt den Laster aus. Geringes Risiko. Ein gepanzter Laster rollt durch die Stadt. Knackt ihn und schnappt euch alles, was er an Wirtssachen geladen hat. 30.100 Beute. Team aus drei oder weniger Crewmitgliedern. Let's get this shit done! Travis lassen wir hier. Resistenz gegen Kugeln. Gesundheit 180. Das kann ich leider nicht lesen. 120 wahrscheinlich. 180. Deutlich verringerte Gesundheit. Shadow nehmen wir mit. Und Phantom. Tollpatschig. Furcht. Einflößend. Fragile. Der hat eine dicke Haut. Am liebsten würde ich eigentlich drei Leute mitnehmen. Er ist nicht so teuer, daher könnten wir es mit ihm versuchen. Die sehen einfach gleich aus. Egal. Los geht's. Ich hoffe, dass das gut wird. Ich hoffe, dass das gut wird. Däugger. Die Autoren sind inbound. Däugger. mit dem Saw. Mäken progresse. Stay! Officers en route. Man, ich bin hier mit einer Polizei. Set the bus on to a higher speed. Chingado! Authorities are approaching your location. You about to have some company, y'all. Not good. The bus saw is overheated. More rounds! Let's go! Es ist fertig. Ich habe die Reaktion. Found ammo. Attack now and you will push them back. Where's my Clips? Get the green. B, 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 B. Bad brauche ich auch nicht. Das war leer. Ich brauche kurz Munition. SWAT VEHICLE HAS ARRIVED SWAT VEHICLE HAS ARRIVED Get this loot! Cover me! They're called in SWAT Yeah, get ready One hit Got reload Come and hear that Pick it up, one bag We got a big problem Time to push back We have no shine of suspects Reload Holy moly Holy moly One hit We lost a guy Spread out Warning There is a blitz incoming You have a SWAT chopper inbound Incoming from above Yeah, stay down Yeah, stay down Get on the ground Get your team ready Public area access Enter the airhouse Grab one bag Grab one bag We got about half Excellent, continue your mission Reloading! Finito! Regrettable, but acceptable! Continue! Es sind alle tot, außer ich! Ja, ich hab ein scheiss Problem! Yo! Reloading! Wow! Grenade! 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 Aggressive reproaches needed. Make them run. Off step! Operator, answer me. Get ready to the shield! Flash! Die! Die! No hostiles currently approaching. Back on task. Cover! Eyes up. Chopper full of SWAT on the way. Incoming from above! No! On it! Entry team in position. 10 to 20. Enter when left. Uno. Watch the roof. Specialist in battle. Junge! Holy moly! Holy moly! Boah! Das Spiel ist so gnadenlos! Überfall auf gepanzerten Lastwagen. Fehlgeschlagen. Das Spiel ist so gnadenlos! Alter! Und das Spiel ist so gnadenlos! Street warfare! That horse shit's worse than a turf war! Rock APD, it seems. Is very motivated to protect business owners cash. Yeah. I'll say. Still. I believe there is wealth to be made here. Agreed. Gotta get back on the fucking horsey. Shit. Fandom is bereit for new Fähigkeiten to gnaden. Shadow Tod. Yukatan is wounded. Der Andere is also wounded. Alter. Das lief. You don't have to ring up touchdowns nutty ass. Gar nicht gut. You don't have to ring up touchdowns nutty ass. I don't cross my teeth. I don't dot my eyes. Won't say pretty please. Or speak a little white lies. I've got a rebel soul. 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 Just get down with it, down with it, down with it. Just get down. I ain't no thing that you can chain with a ring. I've got a rebel soul. I've got a rebel soul. I've got a rebel soul. Bis zum nächsten Mal.